ich habe fast volle maximale shield beim nächsten treffer ist alles wieder weg was muss ich jetzt machen jetzt muss ich wirklich ganz einfach das ist wahrscheinlich wirklich ganz einfach schon dass da wieder neue gegner sind das spiel wieder steht sind ja besonders geil weil ich immer noch nicht weiß warum das ist wo ich hab ein gold barren einige flugzeuge habe ich auch oder was auch immer das darstellen soll in dem wärme kraftwerk ich habe auch wieder meinen nachbrenner hinten an komm zu papa ich habe nur so ein schmuck total witzig nicht gereimt und so hab gedacht aber vielleicht ein secret weil das licht aus ist zwei nicht netten sehr gar nicht toll der teleporter wurde deaktiviert aber dieses komische gas hier ist immer noch da das ist aber auch kein problem da durch zu kommen sich nähern sie nähern sie den unteren level zahlreiche gegner erfasst ach uppsala egal karl was ist das denn jetzt ich habe immer noch MRFL-Paketen ach das war das Ding ich dachte schon das ist eine neue Art Turm cooles Standbild komm da raus kannst du es wagen 1 2 3 4 5 so noch 2 noch 2 lives links also ich habe noch 2 leben links dann fasse auch mein Ziel das mit dem treffen muss ich aber noch irgendwie üben und tschüss und tschüss ich habe es gewusst ich habe es so gewusst es war so offensichtlich es war so ganz klar mit so kann ich keine mitnehmen ich nehme lieber die die Chao Phoenix ist was ich fliege natürlich nochmal rein weil ich kann es halt ich habe es voll drauf und brenn erst mal das Ding weg wollte ich jetzt sagen aber brennen naja sprengen eher nöö du brennst nein ich brenne noch gar nicht das kommt erst noch und weiterhin Vollgas und Vollgas und tschüss Mock will ich aber nicht bin ich ein paar Solaris für mich das in 7000 die Währung ist oder was in 7000 naja in 7000 gibt es keine Währung da gibt es nur Gold 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 Baby Gold verdammt so wir nehmen nochmal Munition mit und fliegen nochmal einmal rund um das Ding rum oh wie nett ich wusste doch dass es da einen Haken gibt kleinigkeit für mich was was ist das das heißt auf deutsch was war deutsch Tschüss Er stirbt bist du tot? nein dein Bruder lebt auch noch Soll er jetzt mit mir anlegen, was, Kleiner? Ist ja doch nichts als Milchcubis. Stand kein Flugzeug. Ähm, anderes Thema. Es ist aber nett. Soll in jeder Kiste sein. Hm, steht das Spiel schon wieder. Ich hoffe, ihr ruft damit nichts Schlimmes dabei, wenn ich die Fässer auch noch töte. Töte. Stirb. Fast. Stirb. Wie geht die Munition aus? Und da oben liegt noch 200 Stück. So. Ich will noch gar nicht... Oh, ich habe volle Schildenergie. Das erklärt, wonach ich die nicht mitnehmen kann. Echt? Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Ich bin geistig behindert, genau wie du. Deswegen habe ich dich auch abonniert. Hä? 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 Ich habe keine Raketen mehr und ich treffe das Ding nicht. Ich lade einfach mal. Was kann schon Schlimmes passieren? Die Welt geht unter. Schon wieder. Ja, weswegen geht die Welt dieses Mal unter. Ach so, der Maya-Kalender hört nicht auf. Deswegen. Das erklärt einiges. Das ist natürlich ein Grund, dass die Welt untergeht. Dass der Maya... Weil der Maya-Kalender nicht aufhört dieses Jahr. Er hört nicht auf. Deswegen geht die Welt unter. Hä? Mache ich das? Sie können weitermachen. Das ist ein Blödspiel. Was? Spiel steht. Werde gefälligst offen. Ach, Minenleger. Stirb, Minenleger. Stirb doch. Stirb. Stirbst du mal? Was zur Hölle hält denn das Ding aus? Es ist tot. Stirb. Stirb. Gibst du mir nochmal so ein Ding? Nee, ne? Nee. Gibt es hier einen Geheimgang? Nööö? Hat wirklich nicht. Außer rassistisch, dass es schon andere Spielung gibt mir einen Geheimgang. Ich habe immerhin schon einen gefunden. Ach nein, da bin ich hier reingekommen. Ja, da geht es nämlich nicht lang. Also. Eindeutig durch diese Höhlenwand. Durch das Loch, das die Mauer immer wieder gelassen haben. Sie haben einen Gegner-Teleporter aktiviert. Ich fährt an der Decke, was ist denn jetzt kaputt? So fährst du an der Decke? Ah. So, erst mal das Ding in die Luft rein. Das ist die Backup, das kann man doch in die Luft jagen, oder? Konnte man zumindest in der ersten Mission. Ich sehe ein Problem. Ich kann es nur noch nicht genau beschreiben. Alter! Munition! Munition! Ich habe ja noch nie Druck, cool. Dann gibt es keine Munition. Okay, dann eben ohne Munition. Ich habe immer noch dieses, äh, Pulsar, nein, dieses... Dieses Dingsbums da, ne? Das verschießt ja auch ein bisschen was. Perfekt. Munition! Pulsar! Pulsar! Wow! Gegner-Teleporter außer Betrieb. Ja. Will ich doch mal hoffen. Oh, ich habe ihn in die Luft gesprengt. Ja, ich bin mal da gut. Ach, das sind die Anzahl an Speicherungen, die ich schon gemacht habe, oder wie sehe ich das hier? Sieht so aus, die Zahl. Wer weiß, welche Zahl ich meint, der weiß, welche Zahl ich meint. Ich werde es euch nicht sagen. Da müsst ihr schon selbst drauf kommen. Gegner ist tot. So war doch ein ganz einfaches Kinderspiel. Ich sehe sonst noch was. Nein. Meiner Meinung nach nicht. Die Maketen. Voll der Scheiß. Spinnst wohl. Ach. Dieses Ding. Dieses Schild. Ich lange nicht irgendeine Endbosse kommen. Fick der. Ich spiele. Ist alles in Ordnung. Diese Antriebszerstörung in den Vulkan wurde zu gelangen. Lass mich raten. Da unten sind wieder ganz viele böse Monster. Nein. Hm. Okay. Und was genau muss ich da hinschießen? Oh. Das ging ja schnell. Oh, meine Raketen sind heute alle. Ich habe noch Mucks. Fliegen die Leicht um die Kurve, wenn ich es um die Kurve ziele oder billige mir das nur ein. Ich habe doch gar keine Panzerung, wie oft denn noch. Mensch. Ich habe doch null Panzerung. Was soll ich denn da achten? Ich sitze im Freien. Ich habe nur einen Motor und Düsen und einen Steuerknüppel. Ey, Süße ist so mein Steuerknüppel einfach. Ja. Das würde mal sterben. Danke. Wird das ja verbunden. Ja, doch. Wir sichern nochmal irgendwie. Wie komme ich denn da rein? Das Ding ist noch gar nicht kaputt. Jetzt ist es richtig kaputt. Und ich fliege gleich mal wieder hoch. Ich weiß schon warum. So, war doch ganz einfach. Wusste ich gleich. Habe ich sofort erkannt. Hätte ich nicht auch einfach ausschalten können? Hui. Da geht es heiß her. Ich bin Feuer und Flamme für diese Mission. Gott. Ich habe gedacht, schlechte Witze. Komm, was sind die Erde umsonn wieder? Du schon wieder. Ich hatte dich doch erst getötet. Und deine zwei Brüder. Ich habe deine zwei Brüder getötet. Geh weg, geh weg, geh weg. Stirb. Stirb doch einfach. Willst du jetzt bitte mal... Ja, ja. Ja, ja. Was zur... Ich war doch... Nein. Pulser möchte ich bitte haben. Ach, das sind bloß solche kleinen Flieger. Die sind ja fiktig harmlos. Die sind wirklich harmlos. Dann werfen wir uns einfach mal zwei Milliarden entgegen. Mal schauen, wie immer noch harmlos sind. Die sind ja wirklich zwei Milliarden. Guter Moment, damit wir die Munition mal wieder... Aus geht. Kommt vor die Wand an Bell... Ballwand raus. Sag doch, das ist ganz einfach. Wie ich einfach dann mal durchrock jetzt. Alles wegrotze, ey. Das ist bloß, weil ich kein Taschenduch habe. Kann ich noch mehr mitnehmen? Nix ist. Einmal drehen. Einmal drehen. Und die können über Lava fahren. Na klar. Aber sicher doch, Jungs. Ganz klar. Ach, nö. Wenn nicht nur ein paar Solaris oder so. Na, geht doch. Dich hatte ich doch eben schon getötet. Ja, das war mein Bruder. Nachher kommt noch mal eine Schwester. Die besiegt dich, indem sie sich nackt auszieht. Ach. Ah. Ah. Wee. Es ist Ceyron. Batman-Zeichen. Keine Munition. Schon wieder nicht. Es ist Ceyron. Spiel steht. Spiel steht. Uiuiuiuiuiui. Anstrengend. Stirbst du jetzt bitte mal? Danke. Endlich. Jetzt muss ich dich noch irgendwie töten. Und dann. Euch muss ich alle vernichten. Ja. Ich leb noch. Ich leb noch. Ha 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 ha. Sicher mal. Bevor ich hier weiter irgendwas singe. Ha 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 ha. Oh. Ein weiterer Eslon hat sich hierher teleportiert. Wieso kann der sich hierher teleportieren? Dich nicht. Ach. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Zuschauen wie der Spiel abstürzt. Hey. Warum nicht? So. Jetzt muss ich schauen. 22 Minz. 22 Minz. 13. 21. 23. 23. 14. 15. 16. 69. Das müsste dann gewesen sein. Eventuell. Es besteht die Möglichkeit. Was ist? Bist du? Wo tauchst du auf? Ich schluck keine Algen. Ich muss doch in den Töten bitteschön. Hier oben liegt so viel, dass ich gleich mitnehmen kann und gegen ihn verwenden. Ich muss mal eine Ausrüstung hin. Wunderbar. Mein Schutzschild ist gleich mal komplett weg. Wenn ich ihn als Super überhaupt nicht treffe. Ich soll ihn den besiegen. Also so schon mal nicht. Das ist schon mal nicht. Komm, mach auf. Hab ich ihn noch getötet? Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Was willst du mit meinem Hintern? Ey, wie ein Schuss tot, ne? Wenn die irgendwie zwei Milliarden Schuss aushalten. Wo muss ich damit überhaupt hin? Ach, ich hau einfach mal ab. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich mit dem Schlüssel hinmüssen könnte. Da nicht. Das kommt keine Gegner. Also bin ich da falsch. Das ergibt Sinn. Das ergibt absolut Sinn. Ich esse keine Algen.